Moin moin, so jetzt geht es wieder weiter mit Part 24. Wir sind jetzt beim Vorstand wieder hingespielt und wir haben noch auf der Agenda noch ein Türmchen und das würden wir sagen, wir zerstören es. Lass mich doch erst mal das Ränder machen. Bist bereit oder? Jetzt. Ja, das ist das was uns die ganze Zeit angekotzt. Weißt du was geil ist, wenn es jetzt wieder ankotzt? Ne, jetzt ist es besser. Das waren meine Schubdüsen. Viel Glück mit der Mission Leute. Außer Jasper, der kann nicht. Ja, der ist so geil. Alle auch noch scheiße. Ja, falsche Störung. Hier ist ein Freck. Ja, da versuche ich gerade hinzukommen. Achso, ja jetzt habe ich alle anderen gewohnt. Ich glaube ich habe... Du wirst jetzt diese Fesseln lösen und aus dieser Zelle gehen und die Tür offen lassen. Was hast du gesagt? Du wirst jetzt diese Fesseln lösen und aus dieser Zelle gehen und die Tür offen lassen. Was geil ist? Im Film war der, ähm, Kitzschweiger. Echt? Mh, gute Sache. Du wirst jetzt diese Fesseln lösen und aus dieser Zelle gehen und die Tür offen lassen. Jetzt hast du eh die Kraft. Nice. Siehst du, dass er ein bisschen betäubt ist? Aufsache erkannt dagegen. So, ich darf den betäubten spielen. Du bist ja betäubter. Willst du mir helfen, von hier zu entkommen? Ich werde dir helfen, von hier zu entkommen. Gut, ich habe ein paar Aufgaben für dich. Für mich? Ja, für dich. Nur für dich. Nein. So, ich hole mal ein Steckchen wieder. Hier ist wieder. Hier die Kraft. Ja, aber ich kann es nicht. Ich gehe mal runter oder hoch? Ich gehe mal hoch. Wir könnten auf den Schießplatz gehen. Nicht nötig. Bei meinem letzten Test habe ich 3 von 20 erwischt. Was? Wie? Das ist ja ein basisweiter Rekord. Warte einen Moment lang hier. Ich warte einen Moment lang hier. Okay. Ich weiß, dass ich nicht alles wiederholen muss, was du... Oh, 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 oh. Mhm, heh, heh, heh. So. Gucke. Oh, die Leiter. Der kann sich nicht ranhandeln. So, eingerastet. Hopp, hopp. Das ist klar. Auf der Weg. Warte mal, wenn ich das hier kaputt mache. Okay, kann ich nicht. Ich kann das nicht kaputt machen, wenn du da drauf sitzt. Okay. Das ist ja okay. Ich konnte aber auf die Münzen damit nicht einsammeln. Du bist dran. Ich bin auf meinem Weg. Ich bin auf meinem Weg. Okay. Ich übernehme die Befragung der Gefangenen. Ich habe die ganze Nacht Verhörtechnik gehabt. Ich habe aber immer noch nicht verstanden, warum derjenige die Frage stellt, der die Antworten nicht hat. Hm. So, bababababa. So, zwei Sachen. Einmal rechts. Ah, links. Die drei Sachen. So, das ist, um das Tor zu öffnen. Wegen uns aber, glaube ich, noch nicht wirklich weiter. Nee, aber Münzen. Ja, gut. Das war es dann aber auch. So, dann einmal hier. Da. Ah, da kommt so hoch, okay. Weg. Und jetzt in der Mitte noch. Da. Ja. Hier ist eine Ballonne. Das ist wirklich eine Ballonne. Aber sicher doch. Was machst du jetzt? Irgendwas zerstören. In der Hoffnung ist es voll richtig. Ah. Okay. Yay. Schnell. Komm hier rüber und fahr die Brücke aus. Los. Aber sicher doch. Na, wie sieht es so aus? Ähm. Ach, verdammt. Das war so wirklich. Ja. So? Bin mir sicher. Das war so. Ganz sicher. Hier. Ganz schlechte Laune. Bestimmt, weil du ausgebrochen bist. Nein. Du hilfst mir dabei. Ich bin betäubt. Ich hab keine Schuld. Wirklich nicht? Kann ich auch klettern? Oh, schade. Kannst du auch nicht? Ja. Was ist denn da oben? Achso. Ein Easter Egg. So. So. Das war's. Münzen noch einsammeln. Nicht, dass sie weg sind. Hm. Achso. Kann schieben, glaube ich. Aua. Ist heiß. Oder Elektro. Oh. Ah. Man. Stecker in einer Stickdose stecken. Nicht Stecker. Amerikanischer. Ah. So. Gehen wir mal durch. Hier müssen wir uns aufteilen. Wie aufteilen? Wir müssen uns aufteilen. Warum lassen? Ich hab keine Ahnung. Ah. Du kannst bis unten gegangen? Mhm. Warte. Ich gehe oben hin. Wir müssen uns bestimmt irgendwann wieder treffen. Warte. Ah. Okay. Ist da irgendwas gebaut? Ja. Jetzt ist die Frage, was? Ich komm nicht durch. Ah. Was auch immer du getan hast, das war gut. Ah. Okay. Falsch. Warte. Warte. So. Ja. Genau so. Ah. Die Mutter. So. Bumm. Komm. Ich stehe genau dazwischen. Nein. Bauma. Und dann wie komm so hoch? Ach so. Ah. Du, 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 du. Da, ähm. Ja Windows gdzie, Windows also du bist ein pein ist habe ich so gedacht und weil ich nicht ich bin deswegen du weißt wie es meine hier war schon gerade so ich würde sagen ich gehe rechts lang und ich warte auf dich hier da muss ich nicht fallen lassen nein das schaffst du so ist hier hoch und hab ich mich gerade erschrocken es war einfach so ein heftig lauter ton oder ja normal aber wenn ich falle ist scheiße das bist du wieder hier ist wieder mit jedi kraft und schießen dann dran ziehen jetzt kannst du meinen kompletter die konsole aber sie verstehen nur ich kann so was ich bin fertig mit dir ja ich habe eine das holst du gerne oder von der froh mal so jetzt bin ich fertig mit dir ich bin fertig jetzt bin ich auch wieder das was er ist ein sturmtruppler das ist seine natur was ist haben sie die wehgetan was macht ihr denn hier wir sind hier um dich zu retten erst flüchten danach umarmen wir haben jede menge sprengladungen dabei noch zufällig ja ganz zufällig einfach so in woopies tasche so eine mini mu raus bist du schön das war eine glaube ich eine sicherung also die kleine weiß was sie tut so aber ich würde sagen wir beenden diesen part und sehen beim nächsten part weiter wie es weiter geht mit wuki 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 sari er ist cool ja und mit hansolo aber hansolo ist unwichtig es geht nur um wuki zum glück heißt er ja shabaka aber egal er ist ein wuki und wie heißt er shabaka das ist mir bewusst nenne ich dich auch immer nur mensch mensch katzen nennst du auch einfach wenn du den namen nicht kennst katze ja 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 ok ich kannte den namen ist ja egal der wuki der wuki der mensch uuuuh die kleine von der bekannten hat mich auch immer nur man genannt tja aber man ist ja eine vorschube vom mensch ne er ist eine nachschub vom mensch er ist wirklich sonst hätte ich dir gesagt du säugetier wirbelteam wette du machst mich fertig du machst mich fertig bevor wir jetzt weiter um den heißen drei rum reden würde ich sagen sehen wir uns in der nächsten folge da unten hoch kommentare drunter gerne mal mit mir auf dem kanal vorbeischauen und zweite im letzten part und wenn es euch da auch gefällt einfach mal ein abo da lassen also bis nächstes mal bis 25 jo bis 25 also bis dann tschau tschau